Wird Ihnen präsentiert von DeinMessestand. Angebote für Messebau. Wir wollten dem Fahrer etwas Gutes tun und haben den Wiesel etwas überarbeitet. Wir haben eine sehr niedrig montierte Kabine entwickelt, damit er zum Aussteigen, wenn er an die Wechselbrücke geht, einen sehr einfachen Ausstieg hat. Es gibt Fahrer, die müssen am Tag bis zu 80 und 100 Mal raus und da ist es tatsächlich viel, viel einfacher. Wir haben die Rundumsicht verbessert, wir haben eine sehr große Frontscheibe angebracht, wir haben eine sehr, sehr große Rückscheibe angebracht, weil er muss ja auch am Tag 80 bis 100 Mal rückwärts unter eine Wechselbrücke fahren. Und jetzt zieht er den Bereich sehr gut ein.